Es waren einmal, vor nicht allzu langer Zeit, zwei Basketballcoaches und ihr Moderator, Technical Director und Schiedsrichter, die sich leichtsinnig auf den Weg machten und Bayern herausforderten. Nach spannenden Challenges kam es letztlich aber zu einem ernüchternden Ergebnis und zu einem zweiten Platz auf dem Treppchen. Auch die Revanche zwei Wochen später wurde verloren. Doch das soll es noch nicht gewesen sein. Doch das soll es noch nicht gewesen sein. Doch das soll es noch nicht gewesen sein. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zur heutigen Herausforderung von Philipp und Tom an euch. Die beiden Coaches haben hart trainiert, um sich endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis zu verdienen. Dementsprechend übergebe ich an die beiden genau perfekt. Ich zeige euch einmal die Präsentation, wie schon gehabt, haben wir hier wieder eine tolle Präsentation für euch vorbereitet mit der Revanche der Revanche. Maxi, wieder optimieren, wegmachen, sonst sieht man es nicht so gut. Optimieren, wegmachen, okay. So, jetzt müsste es besser. Ja. Also, Tom und Philipp führen natürlich schon kloreich mit 2 zu 0, weil die Wette, die sie euch gestellt haben, sie für sich entschieden haben. Dementsprechend dürften ihr euch gleich einmal im Chat die erste Challenge aussuchen. Genau, so. Wir haben sieben Challenges heute vorbereitet. Klickt 2 zu 0 aktuell für Tom und Philipp. Und ihr dürft jetzt im Chat mir genau einfach eine Zahl zwischen 1 und 7 reinschreiben. Dann gucken wir mal, was wir als erstes machen. Okay, ich sehe am häufigsten die 1. Dementsprechend nach wie die 1. Okay, wir spielen Feuer, Wasser, Basketball. Was das genau ist, erklären euch jetzt Tom und Philipp. Und dann am Ende werde ich immer wieder beurteilen, beziehungsweise beurteilen, werdet es besser gemeistert haben, ob ihr oder die Coaches. Und ja, ich bin natürlich nicht vorangegangen und guckt mal, wer am Ende hier gewonnen hat. So, Tom, man... Ja, dann auch von unserer Seite nochmal hallo. Wir haben fleißig trainiert, wie ihr gerade gesehen habt, um jetzt heute dann endlich mal unseren Sieg zu holen. Feuer, Wasser, Basketball läuft wie folgt. Maxi gibt uns Anweisungen. Bei Feuer machen wir Hopsteps. Okay, kurze Bodenkontakte, weil der Boden sehr heiß ist. Beim Wasser müssen wir schwimmen. Und beim Basketball brauchen wir gerne einen Basketball. Und Maxi gibt uns Übungen, wie wir mit dem Basketball machen müssen. Ich würde sagen, wir können starten. Let's go. Gut, dann alle aufstehen, alle die noch liegen, alle die draußen sind, genießt das schöne Wetter. So. Okay, dann dürft ihr gerne anfangen und wir fangen an, einfach mit Hot Stops. Also mit Feuer. Wasser. Let's go, Tom, yeah! Und Feuer. Basketball. Wir werfen den Ball hoch, drehen uns in der Luft und fangen ihn danach wieder. Oh, schwere Aufgabe. Ball hochwerfen, in der Luft drehen und danach wieder fangen. Sehr gut, Tom. Let's go. Also Tom ist da routiniert drin. Oh, aber Iven macht das auch sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Celine. Und Feuer! Feuer! Das werden wir hier mal ein bisschen schneller. Ich glaube, Nils ist sehr langsam, deswegen müsste er ein bisschen schneller in der Reaktion sein. Feuer! Wasser! Feuer! Das macht Spaß. Und Basketball. Wir nehmen den Ball und machen eine Acht durch die Beine. Einfach eine Acht durch die Beine. Eine schnelle Acht. Genau. Die Könige gucken dabei hoch, weil die sehen das Spielfeld. Nicht auf dem Boden. Super, Moritz. Und den Ball um den Bauch. Ball um den Bauch. Ball um den Bauch. Oh, Herr Feders. Hört man nicht gut hier. Feuer! Wasser! Wir machen noch drei Sachen. Und Basketball. Wir werfen den Ball hoch und fangen ihn mit zu den Augen wieder auf. Hochwerfen und mit zu den Augen, also mit geschlossenen Augen wieder auffangen. Fast. Sehr gut. Und... Ja, machen wir das. Da purzeln einige Bälle um. Bei so viel. Sehr gut. Genau, mit geschlossenen Augen auffangen. Sehr gut, Ivan. Super, Jona. Sehr gut. Und... Feuer! 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 Bisschen wie tanzen. Und... Stopp! Okay, sehr gut. Also, ich hab mal mir... Tom, du darfst aufhören. Aufhören. Also, ihr merkt, weil Tom mit dem Alter kommt natürlich auch ein bisschen, dass das Gehör ist irgendwann noch beeinträchtigt. So, aber man hat natürlich gemerkt, dass Tom und Philipp, also beziehungsweise Tom in dem Fall hier ordentlich geübt hat. Die Hot Stops saßen wie eine Eins. Ihr habt das auch sehr gut gemacht. Aber, ja, ich in dem Fall bekommen von mir die Punkte Tom und Philipp, beziehungsweise Tom, Philipp. Oh, ja! Let's go, bro! Okay, dann... Ich teile wieder. So, also wir haben jetzt aktuell einen Punktgestand von 0 zu 4. Jetzt dürfen sich die Coaches was aussuchen. Das heißt, wir haben die Eins nicht mehr. Alles andere habt ihr noch zur Auswahl. Also, ihr habt von 2 bis 7 alles. Die Coaches, nicht die Kinder, also den Chat. Außer, da steht irgendwas Interessantes drin. Ja, danke. Cool, finde ich auch. Die Coaches dürfen jetzt auch so. Also, Tom, Philipp, ihr dürft euch was aussuchen. Was denn nicht? Ich links zahl, Tom. Aber im Bart, da wäre ich super gern Dreier. Lass mal. Wir nehmen die Drei. Die Dreier sind immer cool. Also, Tom und Philipp, wir haben die Drei. Die Drei ist Eisskating. Oh! Oh, das ist eine sichere Kriste, Tom, Tom. Das mache ich, okay? Das machst du, ja. Gut. Wie ihr das Video gesehen habt, habe ich das doch schon ordentlich trainiert. Eisskater, folgende Aufgabe. Stellst dich erst mal auf zwei Beine hin. Jetzt wollen wir mit einem Bein so weit zur Seite streben, wie es geht. Du gehst dich richtig weit weg, dann versuchst du stabil zu landen. Ups! Ja, probiert mal aus. Ich habe schon so viel trainiert, musste ich da nicht mehr mal machen. Zehn Sekunden gebe ich euch. Dann machen wir wieder Challenge. Also, Philipp ist sich sehr siegessicher an der Stelle. Ja, Philipp, wobei, das sieht bei den Kindern hier auch gar nicht schlecht aus. Aber es kommt noch nicht an deine Performance aus dem Video ran, glaube ich. Auf geht's, Nils. Sehr gut, Nelly. Ja, wobei, da sind schon ein paar, die das echt können. Also, vielleicht übst du da auch noch mal ein bisschen. Sehr gut, Celina. Let's go, Lias. Auf geht's, Lias. Ja, hier, der Moderator sieht euch alle. Also, alle, die die Kamera anhaben. Oh, Tim. Meinst du, die Kinder sind ready? Ja, ich glaube, wir können in die Challenge gehen. Rahenja ist da. 30 Sekunden, okay. Dann. Alle bereit? Alle bereit, alle aufstehen, alle ready. Und go. Let's go, Philipp. Oh, in Passau. Bei Strahinja sieht das sehr, sehr gut aus. Ja, aber ich glaube, die Punkte, die Punkte wären schwer, wenn, ich glaube, Britta ist die Mama. Wenn Britta da nur liegt, wird es leicht für die Punkte, für die Coaches. Zehn Sekunden hast du noch. Du musst mitmachen. Sehr gut, Jona. Ah, Philipp, das sieht bei einigen schon sehr, sehr gut aus. Da musst du, komm, gib nochmal alles hier. Okay, der springt so weit wie ich. Du weißt, du hast so lange geübt, ne? Und jetzt. Stopp. Stopp, Philipp, deine drei Sekunden sind um. Deine drei Sekunden sind um. Ach so. Du darfst natürlich gleich noch weiter machen. Also, Philipp, ich muss tatsächlich sagen, du hast gut geübt. Du hast sehr gut geübt. Aber nach einer Runde kann ich das noch nicht beurteilen. Also, die Kinder waren definitiv auch sehr gut. Wir brauchen einen Basketball-Job. Oh, Philipp fordert den Ball. Holt euch auch mal einen Basketball. Holt euch mal schnell einen Basketball. Ihr holt euch auch einen Basketball. Na gut. Maximo treibt schon, die Kinder waren besser. Also, Philipp, du musst noch ein bisschen Gas geben hier. Okay. Was überstattet noch fünf Sekunden Zeit. An einem Basketball. Moritz Fenster oder was auch immer du da machst, kannst du jetzt lassen. Ball nehmen, genau, sehr gut. Ready? Okay, pass auf. Folgende Aufgabe. Bei jedem Sprung den Basketball hier über den Kopf mitziehen. Ja, und dabei wieder so weit zur Seite. Wie es geht. Probier das mal aus. Also, da hat jetzt Philipp was vorgelegt. Das ist natürlich seine Masterdisziplin. Der U-Step, auch Philipp Step genannt. Auf geht's, Nino. Ja, also, es sieht schon sehr gut aus. Ich glaube, wir können gleich in die 30-Sekunden-Challenge gehen. Ich glaube, das auch, ja. Philipp möchte ich keinen Übungszeit geben. Also, auf die Plätze, fertig und go. Oh, yes. Das sind gute Sprünge. Das sind gute Sprünge. Oh, stabil Landverlust. Das da war. Sehr gut, Ivan. Ja, ich glaube, bei den Kindern ist noch ein bisschen Luft nach oben. Also, Philipp, du bist, glaube ich, ganz gut im Rennen. Oh, Lias, über den Kopf damit. Hey, Jona. Jona ist sehr stark. Jona und Lukas. Jona und Lukas machen hier. Ihr habt aber noch... Trahinja auch. Um mich zu überzeugen, Philipp. Noch 50 Minuten. Trahinja ist definitiv besser. Ja. Noch 3, 2, 1. Aber da hast du ja auch das Gleichgewicht verloren. Philipp, stopp. Und stopp. Okay, also. Philipp, ich muss tatsächlich sagen, ich fand definitiv den Großteil der Performances der Kinder nicht so gut wie deine, aber es gab sehr viele Kinder, die es sehr gut gemacht haben. Dementsprechend, aufgrund deiner Übung und natürlich deiner Vergangenheit als Kunstläufer, bekommst du den Punkt, beziehungsweise ihr bekommt den Punkt. Kinder, ihr habt aber noch untellen Wissen. Let's go. Irgendwann gibt es Verletzte. Damit steht es aktuell 6 zu 0 und ich gebe euch Kinder einmal jetzt die Chance, im Optimalfall jetzt hier aufzuholen. Würde ich sagen, da müssen alle was dann schon trinken und dann geht es weiter. Das ist auch eine sehr gute Idee. Dann können wir die Kinder mal eine Aussage nehmen, sich neu besprechen und dann geht es in die nächste Challenge. Also, kurz was trinken. Also bisher ist auch am meisten die 4 bis 5, aber wer was gehört hat, kann natürlich gerne eine Nummer reinschreiben. Wenn ihr sie doppelt reinschreibt, bringt nicht so viel. Also ich zähle jede Nummer einmal. Also ich müsste jetzt nicht hier 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 alleine schreiben. Ja, ich sehe hier Verunsicherung. Also, Ivan in deinem Gesicht. Bei Noemi sieht man auch die Angst im Gesicht. Die Kinder zu verlieren. Oh, 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 das geht nicht. So, Maxi, gib uns eine Zahl. Ja, es wurde definitiv am häufigsten die 4 genannt. Die Buckets. Beziehungsweise die 4, weiß ich noch nicht, wie es ist. War das kurz? Oh, 4, geil. Ja, also die Buckets. Ja, weiß ich nicht. Heißt, ich übergebe wieder an Tom und Philipp. Okay. Wir haben unsere Challenge Buckets. Das heißt, wir wollen ein paar Körner werden. Dafür braucht ihr einen Korb, einen Mülleimann, was auch immer. Den stellt ihr vor, wenn ihr habt euch einen Pettester oder einen Pettester oder einen Pettester. Geht ihr auch mal ein? Danke. In der Challenge fehlt mir jetzt nicht beide Gegend. Und das ist auch die einzige Challenge, in der es drei Punkte zu tun gibt, weil sie drei verschiedene Durchgänge gemacht. Okay, Philipp, macht euch jetzt gleich den ersten Durchgang einmal vor. Wir geben euch mal 20 Sekunden, um alles zu besorgen, ja? Und dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Genau. Besorgt euch mal einen Korb, der ein Korb im Zimmer hat. Ich kann natürlich auch den benutzen. Ich glaube, wir können, oder? Ich glaube, wir können. Da wird sogar schon jongliert, da langweilig. Also, Philipp würde euch jetzt die ersten Challenge vormachen. Dann üben wir in einem Moment und wir machen nach einem 30 Sekunden Challenge wieder. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir alles Dreierstüter sind. Ich denke, fangen wir mal mit Dreierstüter an. Bis zu deiner Kiste. Drei große Schritte zurück. Dann ist deine Aufgabe, da reinzuwirfen. Okay? Einstattung, Schüter. Eins, zwei, drei große Schritte. Und dann nächste Korb. Das versuche ich doch gleich auch mal. Ah, okay, der Maske. Okay, komm, probiert mal aus, ob ihr das auch vollkönigiert habt. Oh ja. Die Rest ist... Oh, Philipp. Das ist immer wieder drauf. Das ist immer wieder drauf. Das ist gut, ja. Maxi, du gibst ein Signal, wenn wir in die Challenge gehen können? Ich gucke hier noch gerade, wie ready die Kids sind. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, wir können loslegen. Okay, dann würde ich sagen, ab jetzt machen wir mal 30 Sekunden. Und dann schauen wir mal, wie viele Treffer wir schaffen. Alle bereit? Und los geht's. Auf die Plätze. Okay, gut. Los geht's. Auf die Plätze, los. Auf geht's, Kids. Yay. Ja, also mindestens zwei Schritte vom Portbizir hier weg. Woo, another one. Hälfte ist um. And miss. Egal, ist das nicht. Tom kann verwerfen. Wow. Sehr gut, Selina. Sehr gut, Selina. Yay. Noch drei Sekunden. Drei, zwei, eins. Nelly ist sehr, sehr schnell. Und stopp. Okay. Okay, Maxi, dann darfst du den ersten Punkt vergeben. Also, den ersten Punkt in dieser Challenge bekommen die Kids. Weil die einfach... Also, ihr wart erstens zu zweit. Man hat auf einen Kopf geworfen. Und die Kinder haben besser getroffen. Also, von dem her, die Kinder bekommen in dem Fall den Punkt. Kann doch gar nicht sein. Das Video schau ich mir noch mal nach. Also, Philipp, mach uns die zweite Übung vor. Okay. Lütze für Rückkinder. Okay. Den wieder. Ja, eins. Zwei Schritte reichen. Dann wollen wir den Ball hinterm Hütten. Hinterm Rücken in den Kopf. Versuchen wir ein Glück auch gleich mal. Oh, Philipp. Das ist so schwierig. Kids, schön übel. Schön übel. Gute Behind-the-Backs. Also, ihr kennt alle den Airball-Wurf. Bei Philipp und Tom gibt es auch den Airball-Pass. Oh, Nils. Warum, unser Ziel ist ein Treffer, okay? Sehr gut, Pritta. Auf geht's, Lukas. Good job, Event. Good job. Okay, Maxi, können wir in den Challenge gehen? Ja, also, die Kinder sind heiß und gut. Also, von dem her. Die Kinder sind fit. Also, auf die Plätze. 30 Sekunden. Sobald ich Kartoffeln sage, dürft ihr anfangen. Jetzt bin ich hier gespannt, dass ich konzentrieren kann. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, alle, die jetzt angefangen haben, wenn ich Kartoffeln sage. Auf die Plätze, fertig, Kartoffeln. Go. Oh, 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 oh. Okay, let's go. Wir sind auf die Plätze, wegkaufen. Ach, was. Ah. Hey. Ah, ich hab's noch. Wir haben noch 10 Sekunden. Auf geht's. 10 Sekunden noch. 10 Sekunden noch Gas geben. Maxi, wie lange haben wir noch? 10 Sekunden. Wir haben schon 5 Treffer, ja? Oh, der hat er. Noch 5 Sekunden. Wasserbieter. Noch 3, 2, 1. Und stopp, 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 stopp. Okay, also. Maxi, ich glaube, wir brauchen ein Urteil nicht. Wir brauchen. Wirklich nicht du. Ja, Maximo hat es gerade auch in den Chat geschrieben. Die Kinder waren besser. Maximo, da gebe ich dir komplett recht. Ja, also dementsprechend haben wir da auch einen Punkt bekommen. Philipp, Tom, ihr habt jetzt noch ein Wurfspiel, um uns von euren Wurfkönnen zu überzeugen. Sieht schwierig aus. Philipp, überleg dir was. Was für einen Punkt kommt. Mein Signature, Hitler, pass auf. Ich stelle jetzt drücken Rücken zum Korb. Jetzt wollen wir durch unser Bein. Den Korb, so dass ihr seht. Das ist meine, dass es zufrieden ist. Das muss mich da auch noch nicht machen. Ja, ein bisschen flach. Einmal umdrehen, schicht die Beine. Ja, nett. Okay. Also, schön üben, Kids. Vielleicht könnt ihr Philipp in seinem Spiel schlagen. Oh, der ist auch gut. Auf geht's. Philipp aus Riestwedel. Sehr gut. Wir müssen gucken, was die Kids hier so machen. Hilft da jemand? Ja, das eine oder andere Mal, aber es ist schon schwierig. Das ist schwierig, ne? Oh, Philipp, die haben wir auch getroffen. Ja, Philipp Wedel. Philipp Ruff aus Riestwedel, du musst auch durch die Beine werfen. Also, wir darfst jetzt nicht da hingehen und danken, sondern wir machen den gleich recht für ihr. Okay, Maxi, ich glaube, in Anbetracht der Zeit können wir auch in die letzten 30 Sekunden Challenge gehen, oder? Ja. Jo, jo. Also, dann, alle bereit? Und? Auf die Plätze, durch die Beine und los! Yeah! Philipp fängt gut an. Philipp in seinem ersten Treffer. Oh yeah! Komm mit dem zweiten hinterher. Ja, oder da ist aber... Oh, Anastasia liegt nach mit auch im Treffer. Oh, oh! Ah, Nils, Nils, Nils. Ja, auf geht's. Weiter, weiter. Ja, weiter, weiter. Oh, Nils ist halt nicht verunsichert. Hälfte. Ah, noch 10 Sekunden. Philipp trifft schon wieder. Oh, Tom trifft nicht. Aber noch 5 Sekunden. Oh! Lukas macht es sehr gut. 2, 2, 3, 2, 1, stopp! Okay, okay. Also, erstmal, muss ich tatsächlich sagen, an alle Kinder ein großes Lob. Also, diese neue Bewegung, die ihr wahrscheinlich so... Wer wirft so schon auf den Kopf? Philipp. Aber, erstmal gut gemacht. Aufgrund dessen aber, dass Philipp das jahrelang trainiert hat. Also, jeden seiner Würfe hat er so genommen. Und Tom hat sich angepasst. Hat Philips Fähigkeit drauf abgespielt. Dementsprechend der Punkt an Tom und Philipp. Damit haben wir einen Punktestand. Von, ich zeige es euch. Wartet. Aktuell. Ja, Paul, ihr wart nicht. Also, ne. Also, auch wenn ihr es in den Chat schreibt. Ihr wart nicht besser. Also, wir haben einen Punkt, die sind von 7 zu 12. Wir dürfen nicht nachlassen. Es gibt allerdings auch noch 5 Challenges. Heißt, es gibt noch insgesamt 10 Punkte zu vergeben. Also, es ist noch alles drin. Ihr dürft einmal in den Chat reinschreiben. Dann suche ich, wucki, zucki, was aus. Bisher kommt die 7 von Anna am häufigsten. Ja, die 7 hier. Da ist hier das Beste kommt zum Schluss. Also, Nummer 7. Nummer 7 ist... Nummer 7 ist... Oh, Ballhandling. Ja, gut. Okay. Ballhandling. Philipp, Tom, zeigt uns eure Ballhandlingsfähigkeit. Okay. Beim Ballhandling machen wir es ein bisschen anders als sonst. Philipp, ich mache jeweils eine Übung. Und die dritte Übung darf von euch kommen. Okay? Also, ihr könnt gleich mal das oder euch melden per Reaktion. Und dann dürfen wir auch mit so einem Vorschlag. Wir machen jetzt erst mal an. Okay? Wir gehen auch direkt in die Challenge. Wir machen 20 Sekunden, würde ich sagen. Handwechsel durch den Bein und springen dabei immer um. Okay? Und los. Let's go, Tom. In Jonas hat sich gerade gefreut. In Jonas' Gesicht hast du erkannt, zu der, der zerstört euch jetzt. Let's go, Philipp. Irgendwann hochkommen. Ihr wollt nachher im Spiel ja auch das Spielfeld sehen. Wenn ihr dribbelt. Let's go, Taylor. Let's go. Taylor, was zieht man? Ich sehe dich. Okay, Philipp. Okay, die erste Runde. Können wir so stehen lassen, oder? Dann würde ich gerade sagen. Waren an dich. Los geht's. Okay. Ich habe extra eine Übung wieder für euch geübt, damit ich heute einen Punkt sammeln kann in dieser Challenge. Warte kurz, Philipp. Waren an, ihr dürft auch. Wir fangen mit dem Überkopf an. Gehen um die Hüfte, ums Knie, Hüfte wieder hoch. Okay? Und los geht's. Los geht's. Let's go. Philipp, die Kinder sind wirklich schnell. Also, Ivan macht dreimal, während du einmal machst, Philipp. Also, Ivan zerstört dich gerade im Alleingang. Auf geht's, Nils. Ivan macht das wirklich, wirklich gut. Let's go, Nils. Und Richtung wechseln. Let's go, Moritz. Ja, Moritz. Okay, zehn Sekunden noch. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja, gut. Also, das klare Geschichte, klare Geschichte, Kids. Ihr habt Philipp gerade aus der Halle gefickt. Okay. Ich würde sagen, Ivan hat das sehr, sehr stark gemacht eben. Ivan, gib uns doch nochmal eine letzte Fallhandling-Challenge, die wir alle machen. Okay? Jetzt bin ich komplett überfordert. Ja, warte. Ich kann Ivan, glaube ich, pinnen. Warte. Ivan, bist du ready? Du darfst uns eine Challenge geben für die Kinder. Heißt, jetzt hast du alle Chancen. Uff. Überdrücken. Das ist Maxi's Signature. Also, über die Schulter werfen. Ich glaube, der Ivan hat uns. Ja, das ist schwierig. Aber wird man nicht beides. Ihr übt es alle. Währenddessen, ihr übt, gucke ich mir mal an, wie es so gemacht wird. Aber es geht vielen so wie uns, Tom. Auf geht's. Ja. Ich komme rein. Okay, dann muss ich, glaube ich, auch ein bisschen zu machen. Okay, Tom, Philipp, ich gebe euch ab. Jetzt reicht es hier gut, um mich zu überzeugen. Aktuell sind die Kinder klar vorne. Also, ihr habt 30 Sekunden, um mich zu überzeugen. So. Kids, ihr dürft nicht nachlassen. Bitte. Mit dem Juventus-Tourier-Trick. Aber wenn ihr jetzt noch nicht beide Hände mitkommt, dann kann man auch nicht gewinnen. Der Ivan hat nicht gesagt, dass ich beide Hände nehmen kann. Sehr gut, Anastasia. Okay, ich würde sagen, wir waren 10 Sekunden Challenge. Ja, warte. Das habe ich nicht gehört. Ihr hattet 30 Sekunden Zeit. Ihr habt jetzt noch 5 Sekunden Zeit, um mich zu überzeugen, Tom. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ne. Also, Philipp, Tom. Also, Max, wir haben gewonnen, gell? Max, wir haben uns ein Ergebnis. Ja, also, wie Philipp so schön formuliert hat, ihr habt definitiv nicht gewonnen. Also, wir haben definitiv ein 7 zu 4. Warte, ich zeige es euch. Wir wollen uns das holen. Noemi und Sophie lachen uns aus. Wir haben ein 7 zu 4. Aber wir dürfen uns jetzt wieder ein Spiel aussuchen, oder? Genau, es gibt, genau, richtig. Es gibt 4 Challenges, ihr habt die Wahl, die Qual der Wahl. 2, 4, 5 oder 6? Hm. Komm. Ja, wir nehmen die 6. Die 6, okay, wir nehmen die 6. Die, oh, okay, die 6 ist ein neues, neues Spiel. Sie nennt sich Stolperfalle. Ja, Tom. Philipp, wer möchte vormachen, wer möchte antreten? Okay, Tom, ich fange mal an. Und zwar, stellen wir uns jetzt vor, dass wir auf dem Boden ein kleines Viereck haben, wo unsere Füße gerade so reinpassen und die stellen mich daneben und gehe dann mit beiden Füßen da rein und mit beiden Füßen raus. Das Ganze möchte ich jetzt so schnell wie möglich machen. Wow. Und los geht's. Arme mit dem. Wow. Anastasia ist schnell. Oh Gott. Puh, das wird schwierig. Ich habe mich da richtig erschrocken. Auf geht's. Okay, Maxi, ich würde sagen, 10 Sekunden Challenge. Wow, Selina macht das auch gut. Machen wir 30 Sekunden, Tom. Du kannst fit werden. Also 30 Sekunden ab jetzt. 30 Sekunden ab jetzt. Okay, 30 Sekunden, Tom. Let's go, let's go, let's go. Ja, Maxi, ein bisschen dynamischer. Das ist nicht aussieht wie eine Krabbe, sondern, ja. Ich sehe den Namen nicht, aber jemand hat da einen Ball sogar, ist am Ball wickeln. Sehr cool. Ich versuche, ob ich einen Namen rausfinden kann. Nino, Nino, sehr gut. So, ihr habt noch 5 Sekunden. Achso, 5 Sekunden, Tom. 3, 2, 1 und Stopp. Okay, sehr gut. Also. Liebst du, lauf Tom? Ja. Nicht gesteubert. Also, Tom und Philipp. Also, ich finde es hier schön, dass meine, meine, dass mir im Chat immer empfohlen wird, wird es macht, das Gute ist. Also, ich darf die Entscheidungen jetzt endlich treffen. Ich muss tatsächlich sagen, Tom, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Also, wirklich sehr gut. Aber wie ihr auch selber quasi ja schon angemerkt habt, gab es einfach zum Beispiel Anastasia, zum Beispiel Nino. Also, die waren ein Tick, ein Tick besser. Anastasia macht das nochmal ein. Die sehe ich nicht mehr. Aber von dem her haben wir aktuell ein 6 zu 7 und wir haben noch drei Spiele zu spielen. Oh, Philipp, wir verlieren unseren Vorsprung hier. Wir waren doch mal voll weit vorne gesehen. Was ist denn da jetzt passiert? Also, das war ich. Wir dürfen uns aber nicht aufruhen. Wir müssen immer weitermachen. Ja, weiß ich. Okay, dann dürfen alle man schon trinken, würde ich sagen. Achso, ja, trinken ist auch immer gut. Und die Kinder können sich schon mal eine Nummer aussuchen. Ja, es gibt noch, ihr hattet gerade die 5, oder? Die 6 hatten wir gerade. Aha, die 6. Ja, okay. Es gibt noch die 2, 4 und 5. 4 gibt es nicht mehr. Buckets haben wir schon ordentlich gerockt. Warte. Es gibt noch die 5 und die 2, oder nicht? Ja, ich gucke gerade. Gibt es noch 2 Chins? Ja, du hast recht. Ja, wir passen halt auf, Maxi. Kinder, wisst ihr eigentlich, das Trinken ist auch wichtig, wenn ihr Gas geben wollt. Das dürft ihr nie vergessen. Also, trinken mal alle ein Stück. Und dann geht es weiter. Ich sehe hier sehr häufig die 5. Machen wir die 5 gleich mal, Maxi? Dann machen wir die 5. Ja, ich zeige euch, was die 5 ist. Warte, ich zahle meinen Bildschirm wieder. Nur Emil hat gesagt, wissen wir. Philipp, du erzählst ja nichts Neues. Die 5 ist Skispringen. Oh, Skispringen. Da habe ich einen Profi für euch, der auch, glaube ich, Eisbaden mal gemacht hat bei Weltmeisterschaften. Denen Sprechens, kein Druck. Okay. Es feint das Eis. Haben wir schon mal gemacht? Ist eigentlich relativ simpel. Wir haben eine Bewegungskombi. Stringen raus, mein Stück. Aus dieser Position. Gehen die direktweite in die Norden zu einmal, weil wir den Bergwissen hoch müssen. Wow. Und kommen da in die Abstrungposition. Und springen hoch raus. Okay. Das können jetzt alle nochmal kurz üben. Und dann machen wir gleich 5 Sprünge. 5 Sprünge, die über den Wettkampf entscheiden. Okay. Also, fleißig üben. Los geht's. Aus der Schritt. Aus der Schritt. Auf geht's, Lias. Und hoher Abstrung. Philipp, wie sieht's aus? Verdammt gut. Kann ich sagen. Das schaut verdammt gut aus. Also, Tom, es wurde auch gerade festgestellt, wenn die Kinder jetzt verlieren, haben sie Gesamtverloren. Also, das heißt, es ist ja ein Du-or-Dai-Spiel für die Kinder, beziehungsweise, ja, es ist einfach, es geht jetzt hier um die Wurst. Die Kinder sind Du-or-Dai. Schon Du-or-Dai? Für die Kids, ja. Oh. Jetzt kannst du das Ding nach Hause holen, Tom. Okay, dann lasse ich sie noch kurz üben. Okay. Tom muss auch noch kurz üben. Auf geht's, Severin. Oh, Maxim. Oh, okay, ja gut. Einhübe ich auch nochmal, bevor wir gleich abspringen. Jona, bist du schon am Schlafen? Ja, ne? Genau. Bei Tom seht ihr jetzt nochmal die Bewegungsfolge. Oh, Philipp, Philipp aus Rieswedel holt sich ja extra noch eine Matte, damit ihr auch Ja hier. Oh, da will jemand beigegeln. Der Philipp macht das auch verdammt gut. Okay. Und das bin tatsächlich nicht ich. Okay, Markus, können wir in die entscheidenden fünf Sprünge gehen? Ja. Ihr dürft gerne, Tom, du legst vor, fünf Sprünge und ich beurteile an der fünf Sprünge. Wie gesagt, Kids, anstrengend. Du als erstes, danach die Kinder. Okay, also ich muss vorlegen. Du legst vor, richtig, ja. Okay, dann wollen wir mal. Wow. Let's go, Tom. Ihr dürft gerne mitmachen, Kids. Ihr dürft gerne schon mitmachen, aber ich beurte bei euch gleich erst. Okay. Aller topt das. Sehr gut. Der Iven ist fit. Oh, oh, ist der Iven fit. Oh, bei Lias machen sogar zwei Leute mit. Sehe ich hier gerade. Auf geht's. Sagst du, du sagst, dass du in die zweite Runde gehst? Ja, du darfst dir gerne in die zweite Runde gehen. Jona, Hände aus den Hosen, Taschen und los geht's. Du darfst in die zweite Runde gehen. Du darfst loslegen, Tom. Ja, zweite Runde. Also Tom macht seinen zweiten Sprung. Der erste Sprung geht an Tom. Ersten Sprung hast du schon gewonnen, ey. Fünf Sprünge gibt's. Der war nicht, ja, Tom. Auf geht's, Kids, ein Sprung. Also ich bin gerade fast bis ins Tal gesprungen. Ihr müsst jetzt echt einen raus machen. Auf geht's, Lias. Ja, okay, gut. Oh, Tim. Oh, Tim. Okay, ja, Tom. 1-1. Tim hat mich überzeugt. 1-1. Ah, dann leg die Kinder jetzt auch nochmal vor. Das muss ich vielleicht immer auch mal ankommen. Also, Kids, jeder macht einen Sprung. Dann versucht Tom, das zu toppen. Es liegt 1-1 quasi von Sprüngen. Da guck dir Tim an, ohne Witz. Das ist hier. Und Nelly auch. Und Nelly auch, sehr gut. Ich glaube, Tim hat die mit seinen Hanna-Weil trainiert. Aber gegen die hast du schon einen Punkt geholt, Tom. Das ist schon mal sehr gut. Ja, das hole ich jetzt auch noch wieder. Let's go. Ja, du darfst, du darfst. Oh, stark, Null. Ja, okay, okay, okay. Ja, steht 2-1 für die Kids, beziehungsweise nach dem Sprung muss ich jetzt beurteilen. Okay, also, wir haben ja gesagt, 5, das heißt, mit der 3 hat gewinnt er was. Jetzt muss ich gewinnen, richtig? Richtig, also, das heißt, du darfst jetzt deinen letzten Sprung. Genau. Wow. Okay, okay. Okay, Kids, auf geht's. Eure Chance. Tom ist ein bisschen abgedriftet. Der Wind in der Halle ist scheinbar sehr stark. Oh, sind das starke Kinder in Bayern. Ich bin baff. Stark, Julia. Okay, okay, okay. Tom, also, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ihr habt mal 6-0 geführt. Oh. Es steht jetzt definitiv 8-7. Also, das heißt, wir haben noch ein Spiel, wovon alles abhängt. Oh, Philipp. Gewinnen, verlieren, Triumph, Erfolg, alles hängt davon ab. Dementsprechend haben wir jetzt zu guter Letzt. Ja. Ihr müsst nicht ins Set schreiben, wir haben noch eine Nummer. Dementsprechend haben wir jetzt die Nummer 2. Oh, gut. Maxi Sass. Wow, das ist ja der Maxi. Maxi Sass. Philipp, willst du das nochmal machen? Okay. Ich bin ready. Aufhörig für euch drei sehr, sehr mag. Ich fordere definitiv die Kinder jetzt an. Ach so. Also, vom eigenen Trainer verraten. Philipp, wie gehst du damit um? Ja, Philipp ist ein bisschen geschockt hier gerade. Ich werde die Sachen, die Maxi gleich sagt, einmal wiederholen, weil wir das hier sehr schlecht hören in der Halle. Also, mich wundern, okay? Wie gesagt, alte Leute, ein bisschen Ohrschmerzen und so. Ja. Game winning procession, oder? Das ist das entscheidende Spiel, Philipp. Ich bin voll in der Kranzscheibe, okay. Ice in my way. Okay, Maxi, ich glaube, wir können starten. Also, das heißt, ich sage Sachen. Wenn ich sage, Maxi sagt, müsst ihr die Sachen machen. Wenn ich einfach nur was sage, zum Beispiel hinlegen, dann nicht. Also, immer nur, wenn ich Maxi sagt, davor sage. So, auf die Plätze. Fertig und go. Wir machen mal. Maxi sagt, springt auf beiden Beinen. Jona bedankt dich gerade noch für den Support von Rasswaren. Das ist noch leicht. Philipp, ich glaube an dich. Und hinlegen. Maxi sagt, hinlegen. Hinlegen. Aufstehen. Maxi sagt, aufstehen. Oh, Lukas. Oh, Lukas. Oh, Philipp, wir führen. Wir führen. Und Maxi sagt, nehmt euch einen Ball und wickelt ihn um den Bauch. Dabei springen wir auf beiden Füßen. Philipp lässt sich davon auf mich an. Und wir springen auf dem linken Bein. Und Maxi sagt, wir springen auf dem rechten Bein. Und wir wickeln den Ball nicht wie meine Oma, sondern bitte, wie man schnell ist. Wir wickeln den Ball. Let's go, let's go, let's go, let's go. Komm on, ihr seid dran. Maxi sagt, wir wickeln den Ball. Maxi sagt, wir wickeln den Ball. Philipp, das sieht sehr gut aus. Maxi sagt, wir drehen uns, während wir auf einem Bein springen, im Kreis. Let's go, Nils. Come on, Nils. Let's go, Nils. Und auf den Bauch legen. Und auf den Bauch legen. Schnell, 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 schnell. Ein Kind ist reingefallen, aber ist hier. Maxi sagt, legt euch hin. Hinlegen. Aufstehen. Maxi sagt, aufstehen. Und Maxi sagt, wir machen eine Acht durch die Beine. Sehr gut, Philipp. Komm, Nils. Holt noch alles raus. Let's go, Svenja. Richtungswechsel. Maxi sagt, Richtungswechsel. Jetzt müssen wir hier tough werden. Das ist hier knappe Geschichte. Sehr gut. Doch. Das war richtig. Maxi sagt, Ball um den Bauch. Ihr habt den, Philipp. Ihr gewinnt noch. Let's go. Richtungswechsel. 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 Auf geht's. Richtungswechsel. Schnell, Kinder. Oh, da hat niemand die Richtung gewechselt. Maxi sagt, Richtungswechsel. Maxi sagt, Richtungswechsel. Sehr gut, Philipp. Ja. Maxi sagt, wir werfen den Ball hoch, klatschen und fangen ihn wieder. Oh, da ist Philipp. Philipp ist schon speedy hier am Stadion. Sehr gut, Philipp. Und Maxi sagt, wir werfen den Ball hoch, drehen uns in der Luft einmal um und fangen ihn wieder. Was? Hochwerfen, in der Luft drehen und wieder fangen. Das war souverän, oder? Und Maxi sagt... Souverän, aber langsam. Also die Kinder sind deutlich schneller. Maxi sagt, wir machen Hot Steps. Wir machen noch drei Sachen. Ja, bisher, aber ich habe einen Favoriten. Maxi sagt, hinlegen. Aufstehen. Maxi sagt, aufstehen. Und Maxi sagt, wir springen so hoch wie ein Frosch. So hoch wie ein Frosch. Oh, das kann ich. Sehr gut. Okay, stopp. Okay. Also. Hau mir für die entscheidenden Punkte. Also wie ihr alle mitbekommen habt, es geht hier um die letzten Punkte. Rasmann hat sich positioniert. Ich bin natürlich definitiv unabhängig. Aber ich bin für Philipp. Tom ist für Philipp. Mach dir keinen Druck, aber es ist klar, wer gewonnen hat, oder? Ja. Rasmann, du solltest am Neutralsten sein. Ich muss tatsächlich sagen, also Philipp hat einen Coach, aber, da der Coach gut war, gewinnt diese Runde Philipp und Tom. Also ich muss sagen. Ja. Wir haben euch, Kinder. Wir haben euch. Jetzt haben wir euch. Und jetzt müsst ihr euch das auch noch angucken. Wir haben nämlich mal wieder ein provisorisches Treppchen gebaut. Und heute, heute, Philipp, darfst du auf den ganzen Platz. Also ihr merkt, Philipp und Tom sind im siebten Himmel. Ein Sieg. Also. Philipp, Tom, ich muss tatsächlich sagen, ich habe großen Respekt vor eurer Leistung. Ihr habt mittlerweile, es steht 3 zu 1, glaube ich, für die Kinder im Gesamtranking. Aber, ja, ich, Glückwunsch, 3 1 steht jetzt ins Gesamtranking. Ihr habt noch. Aber, Kinder, das ist der Beweis, hart, arbeit und viel trainieren, zahlt sie sich aus. Genau. Wir haben die letzten Wochen geschwitzt, um euch zu packen. Nicht zu wenig. Aber, vielleicht, vielleicht geben wir denen irgendwann noch mal eine Chance auf ein Rematch, oder? Ja, doch, führen sie es. Wir brauchen noch ein Rematch. Irgendwann, vielleicht gewinnt ihr dann noch mal die Wette. Aber ich glaube es noch nicht. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir zurück am Rassbarn, oder? Ja. Also, vielen, vielen Dank. Rassbarn, du darfst wieder. Ja, ich muss meine Enttäuschung runterspülen. Also, Maxi, weiß ich nicht. Da müssen wir noch mal heute ein bisschen diskutieren. Nichtsdestotrotz fand ich es sehr, sehr geil und sehr schön, was ihr gemacht habt. Sowohl die Kinder als auch die Coaches. Das Battle war fair. Der Schiedsrichter, na ja. Nichtsdestotrotz, es wird noch ein Rematch geben. Wir werden im nächsten Monat definitiv weitermachen. Wir werden aber nur dreimal die Woche weitermachen. Also, wir werden Montag, Mittwoch und Freitag Training anbieten und Dienstag eine Challenge. Ich zeige euch.